Unser Plan ist ambitioniert. Wir möchten ein dreigängiges Ostermenü für vier Personen zaubern. Stilvoll und schmackhaft sollte es sein. Mit Zutaten der Saison. Wer könnte da besser helfen als Kai Robert Paulus von der Villa Paulus? Und was der Profikoch auf die Teller zaubert, schmeichelt es im Gaum. Als Hauptspeise gibt es Lammhüfte in tomatisierter Sauce Hollandaise mit grünem Spargel, Kirschtomaten, Bohnengemüse und gebackenen Rosmarinkartoffeln. Aber auch Vor- und Nachspeise machen Appetit. Tupinambursuppe mit Bärlauch-Ricotta-Ravioli und als Tüpfelchen auf dem I weiße Schokoladenmus mit Erdbeerra-Baba-Tonka-Bohnensalat. Da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Alle Rezepte finden Sie auf rga.de. Viel Spaß beim Nachkochen.